Hallo, ich bin Lea und das ist der Amar. Wir absolvieren beide die Lehre als Laborante bei den IGP Powder Coatings. Wenn du dich für Lea bei den IGP Powder Coatings entscheiden solltest, wechselst du zwischen den diversen Laborabteilungen. Du kriegst einen breiten Einblick ins Unternehmen und wirst stetig gefördert. Ich zeige dir mal meinen Arbeitsalltag. Komm mit! Zu unseren Hauptaufgaben als Laboranten gehört die Herstellung von Pulverlack. Dabei werden wir jeden Rohstoff nach Rezept einwägen und bedienen auch verschiedenste Maschinen. Weiter prüfen wir die fertigen Pulverlack im Labor auf die richtige Qualität und optimieren. Neben den verschiedenen Tätigkeiten im Labor, arbeiten wir auch immer wieder am Computer. Zum Beispiel für die Dokumentation von Ergebnissen. Bei den IGP Powder Coatings wird der Zusammenhalt unter den Lernenden grossgeschrieben. Wir lernen miteinander, machen zusammen Pause oder gehen gemeinsam kurz Mittagessen. Wenn du ein Auge für Farben bist, bist du an Naturwissenschaften und Mathe interessiert, dann bist du bei uns genau richtig. Wenn wir dich neugierig machen, dann bewerte ich auf eine Schnuppere oder auf eine Leerstelle bei den IGP Powder Coatings. Wir freuen uns auf dich!